Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute schauen wir mal drauf auf etwas, was ich bei einem anderen YouTuber gesehen habe. Den schauen wir uns gleich auch noch an. Und zwar ein Free-to-Play-Account, wo kein Geld reingeflossen ist. Was ist ein Account, wo, ja sagen wir mal, bei mir ist schon echt im Laufe der Zeit natürlich ziemlich viel Geld reingeflossen. Logisch, das ist einfach so. Also alleine schon Goldpass jeden Monat, dann kaufst du mal ein Angebot. Früher war es ganz extrem, in den Hype-Zeiten von Clash of Clans ist in diesen Account natürlich richtig viel reingeflossen. Das hat sich mittlerweile ja alles richtig, ja das hat sich alles richtig, das hat sich zurückgeschraubt. Es ist alles ein bisschen weniger geworden, liegt auch am Spiel selber. Ich meine Goldpass, wenn ihr euch den Goldpass holt, dann kriegt ihr natürlich auch ziemlich viel da raus. Nicht nur den Skin, auch Bücher, Tränke, Ressourcen und so weiter und so fort. Wenn ihr mich übrigens unterstützen wollt, gerne im Shop hier oben auf das C klicken und dann MBF eintragen. Es gibt ja auch wieder Sonderangebote hier, gab es ganz früher auch nicht. Da musstest du, wenn du gejammt hast, dann hast du dir Juwelen gekauft. Ganz einfach. Mittlerweile Nachtdorf, kannst du mal auch ein bisschen was abbauen zwischendurch, kriegst auch mal Juwelen raus. Also von daher, es ist glaube ich ein bisschen spielerfreundlicher geworden, das Spiel. Was vor allem natürlich auch was die ganze Gemerei angeht. Aber in Ordnung, wir wollen ja mal drauf gucken. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem 0 Euro Account und einem, ich glaube bei, also es ist Galadin, der das Video gemacht hat. Der ja auch schon mal gerne ein bisschen was rauskloppt. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine amerikanische Sache, dass man irgendwie da so ein bisschen protzen will und dass man da wirklich immer ziemlich viel rauskloppt. Ich glaube, das hat damit irgendwie so ein bisschen was zu tun. Aber in Ordnung. Also, er hat glaube ich 75.000 Dollar angegeben, was ungefähr 66.000 Euro sind. Runden wir es mal auf. Oder wir können es ja abrunden. Sagen wir mal 70.000 Euro. 70.000 Euro gegen 0 Euro. Und das ist, wird euch jetzt wahrscheinlich überraschen. Ich habe das Video auch schon mal so gemacht. Aber wir gucken mal drauf. Also. Und zwar habe ich extra mal gefragt bei mir, wer ist denn Free2Play und Dr. Cox. Glaube ich das auch absolut. Ich glaube, ich hatte ihn letztes Mal auch schon in dem Video drin. Das hier ist ein 0 Euro Account. Ja, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich denken, aber was ist denn der Unterschied zwischen diesem 0 Euro Account und meinem Account, wo ja schon wirklich ziemlich viel reingeflossen ist, oder bei Galadons Account, wo ja noch viel mehr reingeflossen ist, wo ist der Unterschied? Das kann ich euch sagen. Die Unterschiede, die wir jetzt hier haben, sind rein, äh, ja, rein kosmetischer Natur. Wir sehen jetzt bei Dr. Cox die Dschungelszenerie. Die gibt es bei Rathos 14 dazu. Er hat sonst keine Szenerien. Er hat auch sonst keine Skins, die du sonst irgendwie natürlich kaufen kannst. Aber ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Also wenn wir uns jetzt die Helden angucken. Standard Skin. Standard Skin. Standard Skin. Und Standard Skin. Er könnte sogar, wenn er sich Gems anspart, könnte er sich sogar welche kaufen. Und ich habe es, wie gesagt, extra nachgeguckt. Das sind jetzt gerade die Skins, die ich hier zur Verfügung habe zum Kauf. Bedeutet, wenn er sich jetzt auf ganz normalem Wege die 1500 Gems anspart, kann er sich natürlich auch einen Skin kaufen. Das sind die Skins, die es dann vorher im Goldpass gab. Allerdings werden diese Skins nicht direkt, nach denen sie im Goldpass waren, dann hier angeboten. Das dauert halt eine ganze Zeit. Ist aber auch im Endeffekt egal. Die Möglichkeit besteht. Bedeutet, nur weil er dann einen Skin da hat, bedeutet das nicht, dass er dafür Geld ausgegeben hat. Denn er kann sich ja, wie gesagt, auch mit den Juwelen kaufen. Das bedeutet, ist Clash of Clans Pay to Win? Nein, finde ich zum Beispiel nicht. Clash of Clans auf keinen Fall Pay to Win. Du kommst in dem Spiel, also du kommst sowieso richtig gut voran. Auch wenn du nichts ausgibst. Wir haben es ja bei Dr. Cox gesehen. Also auch ohne Goldpass kommst du auch gut voran. Denn auch im Silberpass hast du natürlich auch einige Sachen. Das haben sie natürlich auch ganz gut gemacht, dass du da echt einiges rausbekommst. Und ja, wenn du in einem aktiven Clan bist und du bist ein aktiver Spieler, dann klappt das auch auf jeden Fall. So, bedeutet alle Sachen, die wir jetzt hier bei mir sehen als Unterschied. Klar, ich bin Max, er ist noch nicht Max, aber das kommt bei ihm ja noch. Die Skins, ne? Was habe ich jetzt hier? Den, oh, den Golem-König oder die Kriegerkönigin. Oder hier den Gladiator-Wächter und so weiter und so fort. Das sind alles nur kosmetische Sachen. Alles, was wir da sehen, ist rein kosmetischer, rein optischer Natur. Die ganzen Szenerien. Und, woran man es auch noch erkennen kann. Ich gucke mal drauf, warte mal. Ja, klar. Und zwar weiß ich, dass Jozel nämlich auch etwas hat. Ja, das ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel. Sie hat jetzt auch wirklich nicht so viel ausgegeben. Aber alleine, wie gesagt, durch den Goldpass und so weiter kommst du ja auch immer ganz gut voran. Und das sehen wir ja jetzt, ne? Die Skins, klar, die hat sie. Ähm, warte mal. Ja, Kriegerkönigin ist natürlich absolut genial. Aber ich meine, gut, man sitzt jetzt hier zum Beispiel an der Szenerie, ne? Da sieht man ganz eindeutig, die könnte Cox halt nicht bekommen. Ist halt die Frage, ist einem das wert oder nicht, die zu kaufen? Aber ansonsten, ich weiß, dass Josie halt auch alles selbst erfarmt hat. Von daher ist das schon mal kein Kriterium, um das dann zu unterscheiden, ne? Ob das jetzt ein Free-to-Play-Account ist oder nicht. Hier oben, das ist es nämlich. Daran erkennt man es auch. Es gibt ja immer mal wieder Angebote. Das war das Lunarsfest, also das chinesische Neujahrsfest 2021, wo es diese schöne Deko gab im Shop. Ja, die wird Dr. Cox natürlich dann auch nicht bekommen. Er ist ja Free-to-Play-Spieler. Aber ich habe ja gesagt, wir gucken jetzt mal drauf. Wir greifen natürlich auch gleich nochmal an. Wir gucken jetzt mal drauf auf den 70.000 Euro-Account. A.k.a. 75.000 Dollar-Account von Galadin. Bis gleich. Okay, ich glaube, er möchte uns... Was möchte uns der Künstler mit diesem Account sagen? Ich glaube, er möchte uns sagen, benutzt Code MBF. Ich meine, man kann es auch übertreiben. Also im Developer-Bild habe ich ja nichts dagegen, wenn man dann mal schreibt, Use-Code irgendwas oder benutzt Code MBF oder so. Aber einen ganzen Clan so zu nennen, weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ich bin mit The Return auf jeden Fall ganz zufrieden. Aber gut, dieser Account kostet 75.000 Dollar. Was einem natürlich sofort auffällt. Winter-Szenerie, Skins am Start. Er wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird er auch den Gold-Quast direkt durchgemmen. Würde ich jetzt mal vermuten. Jedes Mal. Außen alles sortiert. Kostet natürlich einiges an Schaufeln. Er hat die Szenerie am Start, Skins am Start. Aber ansonsten war es das. Du kannst es sonst nicht erkennen. Oh, er hat aber... Oh, da bin ich ein bisschen neidisch. Er hat Geschenke am Baum. Das ist natürlich cool. Da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ganz cool. Allerdings sehe ich jetzt zum Beispiel das von eben nicht. Das, was wir jetzt bei Josie gesehen haben, dieses Skelett in dem Fass, das sehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber in Ordnung. Er kann das natürlich alles gekauft haben. Wird er wahrscheinlich auch getan haben. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwas in diesem Spiel gibt, was er nicht gekauft hat. Viele Grüße auf jeden Fall. An dieser Stelle. Ja. Aber nur, um das jetzt mal zu zeigen, wie das aussieht. Und es ist einfach nur optisch in der Natur. Wenn du ein aktiver Spieler bist, dann hast du im Endeffekt natürlich minimal Nachteile bei einem Goldpass gegenüber keinem Goldpass. Aber das ist minimal. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Deswegen, das ist das Geile an Cash of Clans. Du musst es nicht jammen, wenn du nicht willst. Du kommst auch super zurecht, wenn du halt Free-to-Play spielst. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Sag mal, du bist jetzt Rathaus 8. Und du nimmst jetzt 20.000 Gems in die Hand. Und dann bist du plötzlich Rathaus 10. Dann bekommst du ja, wenn du Rathaus 8 bist, im besten Fall auch Rathaus 8 Gegner. Und wenn du dann Rathaus 10 bist, bekommst du im besten Fall Rathaus 10 Gegner. Das bedeutet, im Endeffekt, das Level hat sich zwar einmal angehoben, aber die Gegner sind ja trotzdem auf deinem Niveau. Von daher, was bringt es dann? Das dann durch zu rushen mit Gems. Ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt meine. Deswegen wird ja Clash of Clans auch immer gerne als Pay for Convenience bezeichnet. Und das bedeutet halt für die Leute, die nicht warten wollen. Die Leute, die vielleicht so ungeduldig sind. Aber ich meine, es ist auch wirklich absolut, finde ich jetzt nichts Verwerfliches daran, mal ab und zu so ein Paket zu kaufen. Ich meine, das muss im Endeffekt jeder immer selbst entscheiden. Wenn du dir das leisten kannst und sagst, ich liebe das Spiel, ich möchte mir halt dann jeden Monat den Goldpass holen, ich meine, wo ist das Problem? Und ich hab's ja gesehen jetzt damals, im arabischen Raum gab's so, glaube ich, so zwei Spieler, die haben ja wirklich Millionen hier reingedroschen. Also die haben nicht nur eben tausend Euro reingedroschen oder zehntausend Euro. Das ging ja fast schon irgendwie zur Millionengrenze. Ich glaube sogar drüber. Wenn du das dir leisten kannst und dein Lebensinhalt besteht da drin, in dieses Spiel Millionen von Euro reinzudreschen, dann musst du das halt machen. Da bin ich ja nicht dafür da, um dir dann zu sagen, du sollst das sein lassen. Ich kann nur immer sagen, wenn du das Geld nicht hast oder du könntest damit vielleicht was Sinnvolleres machen, dann würde ich vielleicht sagen, lass es lieber sein. Also das muss ich dann schon sagen. Man sollte das schon verantwortungsbewusst machen. Man sollte verantwortungsbewusst mit seiner Kohle umgehen. Ich werde auch bald nochmal wieder Goldpässe verlosen. Ich hoffe, es trifft die richtigen Leute, die sich vielleicht dann drüber freuen, die sich vielleicht sonst keinen gekauft hätten, weil sie sagen, ich brauche das Geld vielleicht lieber für was anderes oder ich möchte mir lieber was anderes davon kaufen. Und wenn ich dann Leute habe, beim Gewinnspiel zum Beispiel, auf die das zutrifft und ich kann ihnen dann damit eine Freude machen, ja, dann ist das natürlich wunderbar. Dann freut mich das natürlich auch. Und ich hoffe, auch diese Folge gefällt euch und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare rein, wie viel habt ihr bisher für euren Account ausgegeben? Ich kann es bei mir, bei diesem Account, ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Es können 5.000 Euro sein, es können auch 10.000 Euro sein. Klingt jetzt auch wieder viel. Aber wenn man ja überlegt, dieser Account ist aus dem Jahr 2013. Und ich kann es auch absetzen steuerlich. Das kommt ja auch noch hinzu. Das kann Geld dann übrigens auch. Also das ist logisch, ne? Wenn ich ein Video darüber mache, kann ich es steuerlich absetzen. Klar, ich muss natürlich meine Gewinne auch versteuern. Logisch. Also das ist dann natürlich wieder so ein Zweischneidegeschwert. Ich muss ja alles, was ich jetzt hier einnehme bei YouTube, muss ich natürlich versteuern. Da kriegt der Staat natürlich dann auch seinen Anteil. Logisch, ne? Das ist halt so. Ich kann aber, wie gesagt, auf der anderen Seite auch, wenn ich jetzt hier ein Gem-Paket kaufe, kann ich es absetzen. Also von daher, ja, wie gesagt, so die Frequenz, in der ich jetzt hier Geld reingebuttert habe, die ist auf jeden Fall weniger geworden. Vor allem, weil ich ja auch selber für mich merke, ich bin jetzt zum Beispiel ein Spieler, der sagt, wenn ich jetzt alles direkt am ersten Tag fertig jamme, dann habe ich wieder keinen Bock zu spielen. Weil für mich das Prinzip dieses Spiels darin besteht, halt Sachen auszubauen. Und dafür auch aktiv zu fahren. Das beste Beispiel aktuell, das, was wir jetzt gerade machen. In meinem Profil. Mir fehlen jetzt hier Sachen in meinem Profil. So. Ja gut, da, die beiden Sachen hier, Zauberspenden und Belagerungsmaschinen spenden, dafür muss ich wahrscheinlich dann Gems benutzen. Weil ich ja dafür wahrscheinlich die einen Gem-Spender dann benutze, wenn ich in den Rack-and-Go-Clan gehe. Logisch. Allerdings kriege ich auch 500 Gems wieder raus. Für beides, ne? Kriege ich 1000 Gems raus. Mache ich natürlich ein bisschen Minus mit, aber ist egal. Also, aber hier zum Beispiel mit Waffen ausgestattete Rathäuser. Da bin ich schon ganz gut dabei. 4000 Mal Streukatterpult bin ich auch gut dabei. Von daher, das sind Sachen, die möchte ich fertig machen und die kann ich nicht jammen. Also, das geht nicht. Selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht jammen. Das ist auch gut so. Ich möchte das auch selber, ich möchte es mir selber erspielen. Und alleine jetzt hier, ich werde mir, glaube ich, ne Mauerringe habe ich sogar endlich mal ausgegeben. Die habe ich sogar endlich mal ausgegeben, aber die habe ich mir natürlich auch dann aus dem Goldpass irgendwann mal geholt. Von daher, ja, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Clash of Lens ist ein Aufbauspiel, worum es, wo es darum geht, sich Sachen zu erfarmen. Und das Spielprinzip, das mag ich, dem Spielprinzip bin ich natürlich auch treu. Und deswegen, ja, läuft das auf jeden Fall schon mal hier ganz gut, ne? Wir haben jetzt schon wieder einige Sachen hier, ja, ja, einige Rathäuser geholt. eine Zeit lang, bevor das letzte Update kam, bevor die ganzen Mauern freigegeben wurden, habe ich ein paar mehr Rathäuser gesnipet. Aber dieses Mal, ja, in diesen Regionen läuft es eigentlich ganz gut. Ich möchte jetzt die Folge allerdings auch nicht zu weit machen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einfach mal so einen kleinen Einblick bekommen, wo denn überhaupt der Unterschied ist, dass man anhand des Accounts nicht unbedingt auf den ersten Blick sagen kann. Zum Beispiel der Account gerade. Gucken wir noch mal drauf. Moment, Moment, Moment. Also, ich möchte nochmal ganz kurz Dark Lord, The First Order. Was sehen wir hier? Wir sehen die Dschummelszenerie. Er ist Rathaus 14. Bedeutet, da hat er noch nichts gekauft. Dann kann man sich mal die Accounts, äh, die, die Accounts, die, die, die Skins angucken. Da sehen wir das schon mal. Wächter hat keinen Skin. Wir sehen das jetzt hier auch. Warte mal, können ja mal draufklicken. Skin ansehen. Es ist der Standard-Skin. So. Dann sehen wir die Gladie. Die hat auch keinen Skin. Wir sehen hier bei der Königin auch keinen Skin. Was natürlich immer dabei rausfällt noch, sind so Gem-Käufe zwischendurch. Aber Cox kenne ich jetzt schon wirklich lange genug. Und wenn er sagt, er ist Free-to-Play-Spieler, dann ist er auch Free-to-Play-Spieler. Und er hat mir jetzt auch nie den Eindruck gemacht, seit ich ihn kenne, dass er bei irgendeinem Update gesagt hat, er würde jetzt was kaufen oder dass man irgendwie in seinem Dorf gesehen hätte, dass da plötzlich viel ausgebaut ist. Er ist halt ein aktiver Spieler. Von daher sieht man das dann auch bei seinem Account. Da ist er zum Beispiel jetzt hier der König. Der hat auch den Standard-Skin. Ja, im Prinzip draußen siehst du auch nichts, jetzt hier was gekauft ist, weil die ganzen Sachen, die gab es ja auch irgendwann mal alle im Silberpass. Und was wir jetzt hier sehen, würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein Spieler ist, der da schon mal was ausgegeben hat. man weiß es halt nicht. Vielleicht hat er sich schon mal ein Gem-Paket gekauft, wer weiß. Aber das kann man jetzt halt so nicht sagen. Aber was man, es geht ja auch darum, wie kann man es feststellen, wenn man sich den Account anguckt. Oder wenn man sich, wie bei Sammy, er hat glaube ich einmal einen Goldpass geschenkt bekommen. Das ist ja allerdings dann egal, denn hat er ja nicht bezahlt. Hat er ja nicht bezahlt, den Goldpass. Das ist das gleiche Spielchen wie bei Cox. Er ist jetzt fast maxed. Er ist ansonsten Free-to-Play. Das bedeutet, er hat die Dschungelszenerie, er hat sonst keine Szenerien, er hat die Skins auch nicht. Deswegen, wir sehen das ja jetzt hier, da laufen sie alle rum. Du kannst es nicht sehen, unbedingt auf den ersten Blick. Daran, wo du es sehen kannst, das sind solche Sachen wie die Szenerien und wie die Skins. Allerdings besonders natürlich die Skins, die legendären Skins. Nur weil jetzt jemand, ich hab's ja bei Cox gesagt, nur weil jetzt jemand einen Skin hat, den es irgendwann mal gab, wie zum Beispiel der Partywächter. Den gibt's zum Kaufen oder jetzt hier zum Beispiel bei mir Wächter des Nordens, Skelettkönig oder Robokönigin. Nur weil ich mir das jetzt mal kaufe für 1500 Gems, bin ich ja immer noch dann Free-to-Play, wenn ich mir die Gems selber erspielt habe. Aber hier zum Beispiel Kriegerkönigin, ne, ist ein legendärer Skin oder hier auch, na gut, der Disco-König. Der ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn's dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal, Daumen nach oben, es kommt heute auf jeden Fall noch eine Folge, solltest du nicht verpassen. Bis dann, tschüss. I'm a Volcano I'm a Volcano I'm a Volcano 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 I'm a Volcano I'm a Volcano I'm a Volcano